So, da sind wir wieder und übrigens nehme ich das Video jetzt doch direkt danach auf, weil sich manche Menschen einfach nicht entscheiden können. Also ich musste jetzt doch nicht weg, warum auch immer. Whatever Leute, ihr müsst es nicht verstehen, ich verstehe es selber nicht. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder zurück zu Theodora, warum auch immer wir jetzt so weit weg teleportiert wurden. Bis Bord. Das ist eine Bank. Komm. Erst der Rohling, bitte. Sehr schön. So, weil hier können wir ordentlich schön Geld, ordentlich viel Geld abstauben. Ja, komm. Ne, dem kletter ich jetzt nicht hinterher. Ja, ich suche aber noch ein bisschen die Wachen, vielleicht haben die noch ein paar Wurfmesser oder sogar Medizin dabei. Danke. Das sieht aber nicht so aus. Ah, der Rohling hatte Medizin dabei. Sehr schön. Das ist eine Sackgasse. Okay, laufen wir hier rum. Das ist hier ein Aussichtspunkt in der Nähe. In der Nähe will ich es nicht nennen, aber wir gehen erstmal zur Hauptquest. Das ist mir jetzt ein zu großer Umweg. So, und wir interagieren wieder mit der Tür und gehen zurück zu Theodora. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio. Wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templadoge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allem. Aber hinein zu gelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Nonnenweisheit mit Theodora über Marco Barbarigo sprechen. Akzeptieren wir? Was ist es, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja, vergebt mir aber. Warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich nicht bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kortisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere. Und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche. Wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Die Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen. Also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell. Aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem würde ich sagen. Und wunderschöne Geschäfte in Venedig wurde überarbeitet. Die neuen Straßen wohnen als... Signori e Signore. Kommt her, kommt her. Die Spiele des Karnevales sollen beginnen. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem, wie in jedem Jahr, wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. 12.000 Florinen in der Villa. Sehr schön. Wie gesagt, das können wir jetzt wirklich alles für Ezio's Rüstung, Gemälde und Ezio's Beutel auslegen, da die Villa jetzt nicht mehr renoviert werden muss. Finde ich sehr gut. Die Kosten fallen also schon mal weg. Beziehungsweise die Möglichkeit, unser Geld zu investieren. So, synchronisieren wir. So, und führen einen Todessprung aus. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ja, ich würde sagen, den einen Aussichtspunkt erledigen wir auch nochmal eben. Dann haben wir nämlich wirklich alle erledigt und müssen uns auch gar nicht mehr auf Aussichtspunkte konzentrieren. Dann haben wir wieder nur die Hauptquests übrig. Mann! Ich vergesse es wirklich jedes Mal. So. Okay, da ist der Aussichtsturm. Das heißt, wir klettern hier hoch. Okay. Das heißt, wir haben also auch schon neun Verbündeten hier in Venedig. Theodora. Auch wieder mit einem Bordell wie Paola in Florenz. Also die Kortisanen sind verbündet mit den Assassinen, wie es aussieht. So, synchronisieren. Und wir führen den Todessprung aus. So, und dann machen wir auch schon die erste Hauptquest. Die ist hier. Das ist die, die uns am nächsten ist. Daher machen wir die auch. Ich hau grad. Ja, wir haben den ganzen Bezirk auch offen. Sehr schön. So. Wie gesagt, irgendwie Skyrim lässt sich grad wahnsinnig schwer uploaden. Ein Video war 1,1 Gigabyte groß. Ich glaub, das ist, weil ich da draußen rumgelaufen bin. Bei Tag und Walddarstellung. Und das hat alles wahnsinnig viel Festplattenspeicher gefressen. Deshalb lädt das jetzt Ewigkeiten hoch. Aber natürlich werde ich es trotzdem hochladen. So, hier haben wir den ersten Letztgewert. Kommt her, kommt her, kommt her. Nun geht es um. Ach, schweig. Willkommen, willkommen. Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab, holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn oben werfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Okay. CTF Capture the Flag. Die Gegner im Spiel erobere, die Flagge besiegen. Capture the Flag. Sollte jeder kennen aus einem gewissen Ego-Shooter-Spiel. Spiel gestartet. So, wir müssen jetzt 60 Meter laufen. Die Fahne nehmen und wieder entkommen. So, damit haben wir schon mal die Fahne und gehen sie einfach hier hoch. Nee, Ezio. Was tust du? So, sind wir fast aus dem Gebiet rausgekommen. Puh, das war knapp. So, hier hoch. Und wir zu unserem Startpunkt laufen. So, die Gegner werden aber auch mit jedem Mal schneller. Also, es bleibt jetzt nicht so einfach. Nee, Ezio. So. Tut jetzt sehr weh, aber so geht's am besten. So. Das war zwei von drei. So, beim dritten Mal haben wir gar keine Chance schneller zu sein als die Wache. Daher werden wir versuchen, sie direkt abzufangen. Nee, pack mich nicht an. Puh, geschafft. Sehr schön. Jetzt hoffe ich nur, dass wir es auch noch heil bis hinten schaffen, weil die Wache kommt da schon, glaube ich. Gut. Capture the Flag geht also an uns. Sehr schön.